Nazi-Schweine! So Leute! Ihr seid jetzt für eine Versammlung. Ihr könnt die Dinger jetzt oben behalten, weil hier überall so ein Brat von den Rufen sind. Danke. Was wollen Sie hier hin? Geben Sie eine Versammlung? Hier wollen wir stehen bleiben. So, dann könnt ihr nicht stehen bleiben. Jeder meint, dass wir hier jetzt mal haben. Nein. Einfach mal einfach unternehmen. Einfach mal einfach unternehmen. Einfach mal einfach unternehmen. Und was du runter? Was du runter? Jetzt sofort! Das tut es für dich! Okay, nur unser Widerstand. Das ist irgendwie was geschehen. Wir wollen nichts zusammenstellen. Und was du runter? Wir werden nur alle weiß, dass wir die Dinger jetzt haben. Wir werden nur alle weiß, dass wir die Dinger jetzt haben. Wir können wieder haben. Wir können wieder alles sein. Ja. Ey, liegen lassen! Leitzehnen haben die hier eine Versammlung? Oder ist das einfach nur so gegenzukehren? Ja. Jetzt bis mal los. Vielen Dank.